seid ihr alle bereit ja gut dann geht es mal los ihr habt auch alle deutschen ausgewählt oder was für eine stu fast 6 naja damit spannend jetzt hast du sechs also dings level 6 auf dem pilote auf dem land pilot und bei den deutschen weil anderen habe ich noch nichts gemacht ja ich habe bei pilot fünf und bei deutschland 4 aber mein bomber übel ab welchen hast du den hr 111 als jäger spawn nach uns als jäger wir spawnen als bomber und bübs und stacker jetzt habe ich gerade irgendwie kein sound muss ich nach dem spiel noch mal starten irgendwie fehler dann hast du hast die haare 111 hrm was für bomben hast du drauf die 32 50 kilo ich könnte auch die 8 250 kilo aber ich habe die 50 kilo 50 50 ich könnte auch die 250 aber davon sind es weniger und mit den vielen kleinen kann man viel besser die panzer wegrotzen ja ich weiß was problem ist also aber die 250er schlagen mehr durch also mit denen kannst du einiges also wenn es ja auch vor allem auf größere sachen wie rucksackräger oder so schiffe schießt dann ja ich hab jetzt überhaupt kein turm spiel schade muss ich nachher nochmal neu starten haben nach der schlacht der wurstelt gerade wieder rum wie man hört also schauen uns mal die letzte geworfene bombe an wo sie runter fliegt also ich habe schon drei bodeneinheiten zerstört das ist mal cool das problem ist um war es gar nichts ich geh jetzt wenn ich echt mit dem b 110 rein nichts getroffen ach schade ich habe vergessen bomben mitzunehmen naja mit der b 110 ist ja kein bomber eigentlich das ist doch ein jäger ne ja aber man kann bomben drauf nehmen ja also komm mal in unsere höhe beziehungsweise ich habe ja gerade schon direkt einen am heck siehst du wäre es jetzt unten getümmelt gewesen hätte ich jetzt deckung ja ich war schon aber oben war zu dem zeitpunkt gar nichts und mit meinem flugzeug wenn ich so weit unten gespawnt habe ich bin ich gar nicht mal richtig hoch gekommen ich fliege gerade übelst den quark zusammen ja ich habe mich so erwischt dass ich überfliegen kann richtig ja jetzt dürfte es mich das kosten ja ich habe alle eine bombe bei mir ich muss jetzt hier mal dringend wenden ey ich bin noch zu nah dran obwohl wenn ich jetzt einfach mal so eine krass schnelle wendung drehe so irgendwie dann kann ich ja gleiche bomben hageln lassen ja ich höre gerade ich höre gerade gar nichts weil ich habe irgendwie kein ton im spiel gerade muss ich nachher mal starten jawohl ich habe ein paar zerstört also ich habe ein paar probleme sagen wir mal so ich muss abdrehen und landen oder sonst wie was ja nein ich stürze ab ich stürze nicht noch im auch ohne ton ist es gerade echt scheiße ja das wirst du überleben eine runde lol der ist verreckt der vordere schütze da von dir? aha siehst du das da in der kanzel ja krass der liegt so auf dem boden irgendwie so von an der scheibe gedatscht irgendwie ich weiß auch nicht oder was macht er da oder das ist absichtlich sieht jedenfalls merkwürdig aus kanu so ich drehe jetzt mal wieder um hier ja was für eine geschwindigkeit hast du drauf Alex? äh 200-300 sogar wie könnte man nochmal zoomen was nochmal? ähm ich muss jetzt gehen ich habe jetzt ein essen bei mir achso ok ja außerdem wenn man die rücktaste bei der maus drückt dann wird die bombe aufgeworfen dann keine bombe mehr ok bald ich sterb lol ich flieg grad fühlen sie beschissen irgendwie da hat eine Sau gerade mit mir Intenschen vollgeführt jawohl ich habe was zerstört ist das halt eine Sau was passiert? ja die HE 112 ist einfach weniger wendig und deswegen kann der jetzt mich unter Feuer nehmen der Arsch ich weiß auch gar nicht der scheint wohl ein Bevel höher zu sein ich muss runter Alex wenigstens geht der jetzt auf mich los ja hauptsächlich auf mich ne ist immer gut sagdeiomon kommst du grad und hilfst mir dreh mal nach links ab ähm ich muss das eh auf deswegen ja kannst du den vielleicht grad noch abschießen äh ich bin jetzt unten am Boden bis ich da hoch komm ja ich bin grad hinter dir achso warte ich komm dir genau auf dich zugeflogen naja guck mal dass du den irgendwie abschießt ja ich bin in der Junkers also wird ein bisschen schwierig ja das glaube ich dir die Penner haben mich voll erwischt ey ja ich mach jetzt Kamikaze in so ne Bodeneinheit rein ähm nein der hab ich vorher erwischt aber warte das Teil müsste ich gleich trotzdem reinballern und frag seh ich das noch ne aber ich glaube ich hab schon einiges weggerutzt ja 14 Bodeneinheiten hab ich schon erledigt mhm jetzt lieg ich mal mit dem Schlachtschiff hier rein mhm mhm Alex was hast du jetzt? das Schlachtschiff da also ich hier äh Schlachtfugzeug ne? genau ja ich bin hinter dir ich hab auch eins ich nehm grad auch auf mhm das ist nur ein bisschen doof wegen dem Sound das hört man halt nichts mhm aber ich find das Schlachtschiff also das Schlachtflugzeug sieht richtig geil aus so von der riesigen Kanzel oben wo so viele Leute drin hocken mhm der versucht irgendwie grad zu fliehen ah in your face wer schießt denn da auf mich? die haben mich doch tatsächlich abgeschossen die haben mich doch tatsächlich abgeschossen wie wir ja das ist wirklich dann mies aber in der nächsten Schlacht wird's dann besser denk ich mal mhm so wo bist du hin? ah du bist hinter mir ja äh äh dort hinten ich versuche grad mit dem Stuka dort hinten ein bisschen äh brauchst du Hilfe? boah ich glaube ja ne ich hab grad gar nicht gemerkt wie ich abgeschossen wurde ey das sind grad vier Einheiten die hinter dir herfliegen ja äh wär nett wenn du mir hilfst ja die Bf 110 konnte ich jetzt ein bissl beschießen die hat's erwischt ich versuche jetzt hier grad noch ein bisschen Geschwindigkeit zu verlieren ich will nämlich landen und meinen geilen Jäger reparieren mhm weil der ist echt gut aber oh ne alter kriegt eh nix mehr weil wir haben ja jetzt die Schlacht eh verloren ja wir haben eh verloren ja ich hab mal sämtliche Bomben noch schnell ausgeklingt so jetzt auf jeden Fall werde ich auch gleich mal kurz in der letzten Sekunde noch hier ähm das Spiel beenden nochmal neu starten damit ich kurz wieder Sound hab gell mhm also dann wird's gleich